Hey Leute, Winterfest ist auch in den Kreativmodus gezogen und dort gibt es ja einen Bereich, den habt ihr bestimmt schon entdeckt. Dort könnt ihr draufdrücken, dann öffnet sich diese Hütte und dann habt ihr weitere kleine Kacheln, wo ihr dann die ganzen Kreativmaps im Winterfest-Bereich seht. Aktuell ist es so, dass wenn ihr zwei Stunden kreativ spielt, Winterfest oder normal, habe ich jetzt auch schon gehört, sogar im AFK-Modus soll das funktionieren, habe ich aber selber noch nicht probiert. Aber zumindest wenn ihr das nutzt und diese Kreativmaps von Winterfest zwei Stunden spielt, dann sollt ihr weitere Gratis-Items bekommen. Ich habe es euch ja gerade schon nochmal eingeblendet und hau es nochmal hinten ans Video ran. Es ist aber derzeit so, wenn ihr die zwei Stunden dort verbringt, kriegt ihr den Gewinn nicht sofort oder die Belohnung nicht sofort. Das kann sich verzögern. Teilweise gibt es welche, die das gestern schon gemacht haben und immer noch nicht haben. Das ist aber schon bekannt und soll zur Not dann zum Schluss an das Winterfest angepackt werden. Aber für euch die Info, weitere Gratis-Items bei zwei Stunden Kreativmodus. Viel Spaß damit. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.